Hallo! Ich bin zurück! Hallo! Zu Fit the Beast Ultimate! Ja! Mit Deskroby! Noch einmal! Und XX Observer XX! Willkommen zurück zu Fit the Beast! Für diejenigen, die es gerade nicht verstanden haben! Ähm... Mit dem hässlichen Spasta! Ey! Selber hässlich! Ich habe nochmal gesagt, dass ich schlecht gelaunt sei, was ich aber gar nicht bin! Nee, du schnauzt nur in einer Tour rum und schmeißt mit Beleidigungen! Ja! Affenschwanzbeleuchtung, was ist denn das bitte sonst? Und das ist keine Beleidigung! Der Zustand! Ey! Du hast es erfasst! Ähm... Ja! Wir wissen immer noch nicht weiter, wir haben immer noch keine Zeit gefunden nachzuschauen, was wir tun wollen, was wir bauen, was wir am besten bauen, was wir... Weil... Und jetzt lass mich eine plausible Erklärung bringen, heute ist der Tag nach gestern! Ey! Ja genau! Schlag mich! Ich hab nur noch 5 Ferzen! Ah! 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 Das ist was! Sieh dich da reinschubsen! Ich schubs gleich dich! Ich geh Diamanten fahren! Mal wieder! So wie ihr das von mir kennt! Ich hab vergessen die Stopper zu stellen und jetzt läuft sie dafür! So mit 2 Minuten Verspettung! Aber das ist auch nicht so schlimm! Willkommen zurück auf alle Fälle! Willkommen zurück auf alle Fälle! Guten Tag! Folge mir! Folge mir! Hogen Sie! Oh! Warte! Ich hab noch zu viel Zeug im Inventar! Ich kann nichts ausnehmen dann! Ok! Ich muss... Ich muss mir eh Essen mitnehmen! Nehmen Sie sich Essen mit! Ich hab zwei... Wo sehen unsere Kartoffeln hin? Ich hab ja 3 Kartoffeln! Und wo sind die anderen? Haben wir die nicht verpflanzt? Ich hab 64 gebratene Kartoffeln gehabt! Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, du hast die alle gegessen? Schluck! Da! Schau mal da unten! Schluck! Mach dir jetzt halt kein Schwert! Hallo! Da unten die Kartoffeln! Nein! Schlag mich nicht! Wenn du mich schlägst, dann schlage ich zurück! Äh! Falsch! Wo lauf ich hin? So! Warte mal! Ich muss noch... Zombie Brain muss ich noch raustun! Ja! Dann komm halt nicht mit mir auf! Ach komm jetzt! Warte halt mal kurz! Ups! Hier ging es eh nicht lang! Ich fände das immer voll gemein von dir! Ah! 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 Die ganzen... Wo kommen die ganzen Sachen hin? Kommst du? Ja! Ich pack hier gerade Zeug aus! Ich meine ich muss jetzt hier denke ich nicht mit... Ah! Ich wollte mir eh noch eine Schaufel mitnehmen! Ja! Schaufel wär nicht verkehrt! Sollte ich auch noch machen! Schaufel! 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 Nehmen wir zwei Schaufeln! Nehmen wir drei Schaufeln! Nehmen wir drei Schaufeln! Sticks! Dann halt! Haben wir schon Schaufeln überhaupt? Äh! Keine Ahnung! Ich mach mir gerade persönlich drei Stück! Stein dann oder was? Ja! Logisch! Stein! Oh! Guck mal da kommt ein Schaf! Hahaha! Okay! Dann machen wir halt nur zwei! Soll mir recht sein! Willst du noch einen Schaufel? Stein! Nimm den Stein! Stein! Komm! Ich will mir noch bitte kurz ne Dings machen! Und noch ne Axt! Da und Alter hast du eh kein Holz! Aber ich hab Holz dabei! Iiiih! Bist du hässlich! Du solltest mal mehr essen! So! Und! Und! Uuuuuhhhh! Okay! Jetzt warte mal kurz! Ich muss mal kurz mal ein Inventar! Wieso hab ich jetzt dann noch ein Zombie-Brain? Das kann doch nicht dein Ernst sein! Das hab ich doch gerade rausgetan! Achso ich hatte zwei dabei! Hup! 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 Haair! Hup! Hup! Dan-SING! Pogo Dan-SING! Pogo Dan-SING! Und das alles nur weil er unvorbereitet ist! Jaja! Ist gut ist gut! Uitty cryptocurrency! Lalalala Gut, wir können dann los. Gut. Sie wollten ja mit... Neee! Alter, was du für Scheiße zusammenbaust, ernsthaft? Was ist das hier oben für ein Ding? Einfach alles lassen. Was ich da gelassen habe. Hauptsache, er rennt mal drei Kilometer vor. Äh, hier. Fackeln bitte immer an die linke Seite von der Wand. Aha, aha, aha. Dann können wir uns den Weg wieder zurückfinden. Vielen Dank. Und viel Spaß. Was ist denn Lead-Or? Was macht man damit? Keine Ahnung. Coole. Äh, Lead. Vorsicht. Vorsicht vor Monster. Mich hat das letzte Mal fast ein... Creepy in die Luft gesprengt. Ich hab Galena-Or gefunden. Ja, und was macht man dann aus... ...liegen... ...liegen. Äh. Irgendwas wird da mal da schon draus machen können. Wir wissen es einfach noch nicht. Weil wir einfach zu dumm sind, bevor wir aufnehmen, zu erkundigen, was am besten wäre zu bauen. Okay, du baust in die Richtung, ich baue in die andere Richtung. Einfach mal jetzt dazu. Eben, ich baue nicht. Ich baue nicht die Gänge, ich durchforste gleich die Mine. Darum ist ja auch so wichtig, dass du die Fackeln bitte an die rechte Seite packst. Äh, ja, rechte Seite packst. Ich dachte links. Wo jetzt? Echt? Du hast gerade links gesagt. Dann sorry, rechts. Dass wir, wenn sie auf der linken Seite sind, wissen, dass wir zurückgelaufen. Meins, meins, meins. Hier gibt es Erfahrungspunkte für. Was ist denn das Graue? Äh, gut. Ich habe ein Skelett. Ich habe Uranium-Or gefunden. Juhu, Uranium. Für Nukes. Für was? Für Nukes. Achso, ja. Und oder Tonkraftwerk. Äh. Ja. Einfach kein Zombie, der mich in die Luft sprengt, bitte. Ein Zombie, der dich in die Luft sprengt. Äh, ein Creeper. Stirb! Yes, sir. Hier waren wir auch. So. Und was haben wir heute zu erzählen? Mein lieber Herr, an anderen Leitung, am Ende der Leitung. Ich bin grad ziemlich fertig. Schön. Aber, äh, das Wochenende wird schön. Und ich freue mich drauf. Ich auch, weil ich nachher noch Besuch bekomme. Und... Ja, ich hoffe, dass ich dann am Wochenende trotzdem mal dazu kommen werde, mich ein bisschen... Ist das ein Diamant? Oh. Hi Creepy. Was macht er mit... Äh. Ich will mal fragen, was er mit Nikolai macht. Ich hab' wund' von mir. Okay. das klang ja umwerfend das ist viel umwerfend ich habe nicolai daraus bekommen wir zehn prozent diamond dust und welche maschine kriegen wir das weiß ich nicht ich pack es einfach ein okay das sieht nach einem dungeon aus wo ich gerade gefunden habe macht nichts nach einem spinnen dungeon wohlgemerkt ich glaube 13 blöcke ist noch zu weit oben für diamant ne ich habe ja vorhin schon mal diamanten gefunden ich habe jedenfalls mal redstone wird mal wirklich sagen dass ich hier ein dungeon gefunden habe ein spinnen dann schon sogar noch wartet das zeug was leuchtet brauche ich nicht ab habe ich jetzt gerade abgebaut sollte man nicht da bauen kurz mal ausleuchten spinne bleib weg von mir essen 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 dungeon ohne ausrüstung mal wieder typisch ja das macht aber auch immer nur du irgendwie na ich weiß nicht ihr habt ein talent dann schon zu finden wenn ich keine ausrüstung habe das ist ein talent great britain gott talents oder wie britain gott talent was ist denn das eigentlich iron ore nein mein schwert ist futsch alter ich bin gleich da ich brauche nur noch kurz hier das zeug fertig habe ja ja die macht man schon wieder am schnellsten spinnen netze kaputt beim schwert ja dann brauche ich dich hier dringend hkw weil hier ist ein spinnen spawner eindeutig bei mona way spinnies tut mir leid ihr kommt hier gerade nicht durch wo bist du dann lang gegangen nur so lauf einfach immer den Fakten nach die auf der rechten seite sind waypoint strip ich weiß dann hoffentlich was ich gemeint habe damit ja ich habe unser erstes gold silber ah ja ich habe ein spinnens gefunden bist du bei mir bleib stehen ich komme jetzt durch die wand und don't move so guck komm sie her warte mal warte 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 schauen wir nicht mal das hier noch halt's mal komm hier oh mein gott sind da viele spinnen gespawnt nein ja wir haben ja noch ganz anderes problem gerade stirb nicht jetzt machen wir erstmal hier den Pfosten weg bitte jetzt hat alter stopp mach erstmal den Pfosten hier weg ich komme da gar nicht hin ich kann nichts machen ohne dich zu schlagen ja toll das schwert ist auch futsch tja dann baue ich hier das so also dann gehe ich weiter auf Erkundungstour und nehme so erz mit hast du ein Feuerzeug zufällig nein das wäre jetzt halt geil ja nicoleit habe ich hier ganz viel nicoleit ok ich bin jetzt ja bis zum spawner vorgedrungen mach licht hin hab ich schon gut ich komme Quarzkristalle ach nein ich habe die geh weg geh weg ich schlag dich mach keinen scheiß lang ich schaue Regime mach keinen scheiß lang ich schaue Regime ich nehme mir noch ein paar Robine her mit ja mach 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 gehen sie bitte aus der Seite nicht du ich meinte das Holzding du hast ja nicht zufällig ne Axt dabei ne das ist ne Holz Axt doch hab ich also keine Holz Axt aber ne normale Axt Achtung weg da ey ja ja genau 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 mach mach weiter mach weiter das tut gut warte mal ich mach mal kurz den Crafting Table ja ja ich mach mal hier kurz und dann mache ich jetzt mal kurz ne Axt ja für mich bitte ein Schwert wenn du für mich bis ein Schwert ja bekommst du hab jetzt allerdings nur weißt du was mir gerade einfällt was ich hab da vorne irgend so ne Kiste gesehen und hab die nicht gelootet mäh warte mal bleib mal da kurz Halt Stopp HALT STOPP da 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 sag mal was fliegt denn da um meine Nase rum mhm EP und wieso geht das nicht in meinen Kopf rein keine Ahnung weil der vielleicht dumm bist das kann sein das kann sein Kapazität überfüllt so ich geh mal hier weiter hinter mhm oh hier ist noch ein Spin Spawner ein Spin Spawner ein Spin Spawner Aua 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 meine 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 ich mach binchen geh weg auf die Seite dann mache ich mir jetzt auch noch ein Holzschwert mit Steinschwert mit dem ich jetzt dann hoffentlich die ganzen Spinnennetze abhauen kann ja kann ich na hau doch nicht die Vatel ab hab ich doch gar nicht na halt Zombie ich seh schon Diamanten meine Diamanten geh weg da wieso nicht erst den Zombie aus dem und da ist noch ein Skelett Heißskelett ok episch geil mach deinen Kollegen mal da weg der nervt hm nee das ist er 4 oh ok Hauptsache da ist noch eine Spinne unterwegs ja Bug im Boden rum Mistvieh du Kleines da hinten steht ein Creepy 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 wir sind hier halt eiskalt ohne Fernwaffen unterwegs ja ja auf den Boden hauen warum bleibst du auch so nah stehen auf den Boden hauen hab ich gesagt ja und du bist so nah stehen blieben ja was ist das? Zinn mein Zinn mein Inventar ist voll ich hau mal die Fenster raus hier geht's noch mehr Stufe hoch ja das ist Tatsache wollen wir nicht mehr erst hier unten alles raushauen weil äh Diamanten werden eher unten sein als da oben what? Halt's mal! da vorne ist irgendwas ausgeleuchtet da will ich jetzt hin aber das im nächsten Part Tschüssi bis dann Tschüssi Tschüss g